Ernst Bassermann war ein deutscher Politiker, er war Vorsitzender der Nationalliberalen Partei und Mitglied des Deutschen Reichstags. Leben, Bassermann war Sohn des Landgerichtspräsidenten und Abgeordneten im Badischen Landtag Anton Bassermann. Ab 1872 studierte Bassermann Rechtswissenschaften in Heidelberg, wo er Mitglied des Korps Suevia wurde, sowie in Leipzig, wo er sich dem Korps Lusatia anschloss. Nach Abschluss seines Studiums leistete er als einjährig Freiwilliger in Kolmar im preußischen Kavallerie-Regiment seinen Militärdienst. 1880 nahm er eine Tätigkeit als Rechtsanwalt in Mannheim auf und übte diese später bis zu seinem Tod in Sozietät gemeinsam mit dem Anwalt Anton Lindegg aus. Am 12. Juli 1881 heiratete er die Frauenrechtlerin Julie Ladenburg als Ehefrau langjährige Vorsitzende des Vereins Frauenbildung Frauenstudium, die Tochter des Mannheimer Bankiers, Kommerzienrats und Ehrenbürgers Karl Ladenburg, Inhaber des Bankhauses W. H. Ladenburg und M. Söhne. In Mannheim engagierte sich Bassermann politisch und wurde 1887 Stadtrat. 1893 zog er für die Nationalliberale Partei in den Reichstag ein und wurde in den Parteivorstand gewählt. 1898 übernahm Bassermann den Vorsitz der Reichstagsfraktion seiner Partei. Inhaltlich forderte er eine liberalere Sozialpolitik und versuchte seine Partei für Arbeiter interessant zu machen. Die Bestrebungen des Reichskanzlers Kludwig Fürst zu Hohenlohe Schillingsfürst zur Ausgrenzung der sozialdemokratischen Arbeitnehmer brachte er zu. Weil auch vertrat er eine Politik des Ausgleichs der Interessen von Wirtschaft und Landwirtschaft. Im Jahr 1901 gehörte Bassermann zu den Mitbegründern der Gesellschaft für Soziale Reform. 1905 wurde Bassermann schließlich zum Vorsitzenden der NLP gewählt. Er setzte sich für die Bildung einer liberal-konservativen Koalition unter Einschluss mehrerer liberaler Parteien unter Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow ein. In der Daily Telegraph-Affäre sprach Bassermann sich gegen Verfassungsreformen aus. Mit dem Sturz Bülowsch 1909 trat Bassermann in Opposition zum neuen Reichskanzler Theobald von Bettmann-Hollweg. Er unterstützte jedoch dessen rüstungspolitische Ambitionen. Zum Beginn des Ersten Weltkrieges war Bassermann 1914 zunächst als Rittmeister, dann als Major an der Westfront eingesetzt. Im Februar 1915 übernahm er das Amt des Oberkriegsrichters beim Gardechor in Berlin. Er begründete im November des gleichen Jahres zusammen mit dem Philosophen und Publizisten Ludwig Stein die Mittwochgesellschaft, als politisches Diskussionsforum nationaler und militärnaher Kreise. Ernst Bassermann gehörte zusammen mit Gustav Stresemann zu den annexionistischen Wortführern bei den Nationalliberalen. 1917 gehörte er zu den Unterstützern des sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Kriegs. Zugleich forderte er von der Regierung innenpolitische Reformen. Im Februar 1917 trat Bassermann von allen politischen Ämtern zurück und legte sein Reichstagsmandat nieder. Am 24. Juli verstarb er in Baden-Baden. Ein Denkmal für ihn entstand 1930 am oberen Luisenpark in Mannheim, jedoch wurde die Statue zerstört. Das Grabmal aus Gelbensandstein auf dem Hauptfriedhof Mannheim zeigt an den Eckpfeilern eine reiche Ornamentik aus Ohren, Pflanzen und Hermesköpfen. Zentral ist eine Marmorplatte mit Name und Porträtmedaillon eingelassen. Über dem Gebäck sieht man das Familienwappen mit einem Wassermann in einer Kartusche mit Fruchtgeerlanden.